Der Schlüsseldienst kam und hat innerhalb von Sekunden das Schloss aufbekommen. Er meinte, sollen wir bei Kaba einen sicheren Schließzylinder kaufen. Aber was macht so ein Schließzylinder überhaupt sicher? Gute Frage. Weißt du was? Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Super. Ich treffe gleich die Sportfreunde der Sperrtechnik. Diese Jungs sind absolute Spezialisten, wenn es darum geht, Schlösser zu überwinden und das Ganze ohne Schlüssel und vor allen Dingen ohne sie dabei zu zerstören. Die Jungs haben vor 14 Tagen drei Schlösser von Kaba bekommen und ich schaue mir jetzt mal an, wie weit sie damit gekommen sind. Los geht's! Arthur Meister hat vor gut 14 Tagen drei Schlösser von Kaba bekommen, Kaba-Expert. Und da geht jetzt meine Frage direkt an Arthur Meister. Ist es euch gelungen oder ist es dir gelungen, das Ding bisher aufzukriegen ohne Schlüssel? Also ich habe probiert, noch mal probiert, beim Fernsehgucken noch mal probiert. Wie viele Stunden ungefähr? Zehn. Zehn? Ich glaube, es waren sogar 15. Wie bist du vorgegangen? Ich habe auch hier versucht, mittels einem Dietrich hier die einzelnen Stiftchen, muss man ja hier sagen, so nachzulegen, dass sie auf der Scherlinie sind und ich dann zerstörungsfrei nachschließen kann. Ja, scheiße, ist mir nicht gelungen. Dieses Schloss lässt sich nicht in 20 Sekunden öffnen, auch nicht von den Profis. Und warum das Ganze so ist, das schauen wir uns jetzt direkt im Werk an bei Kaba in Österreich. Hallo, ich befinde mich heute in Egenburg vor den Toren der Kaba-Werke in Österreich. Ich habe gleich das Vergnügen und darf Dr. Andreas Herberli treffen. Er ist Chief Technology Officer von Kaba und er wird mir erklären, warum die Kaba-Schließzylinder so sicher sind und uns einen Einblick in die Produktion gewähren. Auf geht's! Hallo, Herr Dr. Herberli. Hallo, Markus. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Gerne. Wir waren zu Gast bei den Sportfreunden der Sperrtechnik. Die Jungs hatten drei Zylinder bekommen von Kaba. Es ist Ihnen nicht gelungen, diese zu öffnen. Was macht die Kaba-Schließzylinder so sicher? Und warum haben Sie es nicht geschafft, die zu öffnen? Freut mich, das zu hören, Markus. Aber erstaunt bin ich nicht wirklich. Weil hier handelt es sich um ein hochwertiges Produkt, hergestellt mit feinster Mechanik. Aber ich schlage vor, Markus, wir schauen uns das gemeinsam an. Gerne. Kommt doch mit. Herr Dr. Herberli, wo befinden wir uns jetzt und was genau passiert hier? Wir befinden uns hier in der Zylindermontage. Und hier bei dieser Maschine passiert ganz konkret die Befüllung des Inserts. Das heißt? Der Insert oder auch genannt Kern des Zylinders, hier steckt das Geheimnis drin. Und das Geheimnis des Zylinders besteht aus einer ganz großen Anzahl, man sieht auch die Komplexität, was dann letztendlich zur Sicherheit führt. Und eine große Anzahl von einer Kombination von Zuhaltungen und Gegenzuhaltungen. Das sind diese Stifte hier? Das sind diese kleinen Stifte hier, die durch Fäden gestützt werden. Und diese Stifte in einer Länge definieren, ob ein Schlüssel passt. In diesem Modell siehst du nun ganz genau, wie diese Stifte sternförmig um den Kanal angeordnet sind. Man sieht auch, bekommt Eindruck, wie komplex das Ganze ist. Wie viele Stifte und wie viele Reihen hier angeordnet sind. Und was letztendlich die Ursache ist für die Sicherheit dieses Zylinders. Weil dieses Lease-System hat einen sogenannten Patentschutz. Dieses System ist patentrechtlich geschützt. Also es darf gar niemand rechtlich gesehen einen Nachschlüssel produzieren. Nur mit einer Sicherheitskarte, mit einem legalisierten Händler, der darf einen Nachschlüssel auch entgegennehmen und dir einen Nachschlüssel bestellen. Also sicherer geht es fast gar nicht. Das ist eine Sicherheitskette, die muss durchgängig sein. Was macht eigentlich dieser Schlüssel so besonders? Ja, einerseits ist es selbstverständlich ein Wendeschlüssel. Wendeschlüssel heißt, dass du ihn so oder auch so in den Zylinder einstecken kannst und bedienen kannst. Bezüglich Sicherheit aber relevant ist die Anzahl der Positionen, die ich aufbringen kann. Und was ist eine Position? Ja, eine Position ist nichts anderes als dort, wo gefräst wurde. An dieser Stelle oder an dieser Stelle. Und im System-Expert, was wir hier haben, gibt es 44 mögliche Positionen. Das ist nur möglich, weil wir auf der Seite und auf der Kante Positionen einbringen können. Und dieses komplexe Schließsystem lässt das eben zu. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Positionen nicht so einfach einsehbar sind. Also wenn du es mir anschaust, wirst du nicht genau feststellen, wo die relevante Position ist. Wir stellen das sicher, indem wir sogenannte Verschleppungen aufbringen. Also wir fräsen Verschleppungen, wir verschleien so quasi das Permutationsbild des Schlüssels. Es ist also extrem schwer, davon eine Kopie zu erstellen. Genau. Bisher haben wir vom Standardzylinder gesprochen, welche Sicherheit bietet gegenüber zerstörungsfreiem Einbruch. Mit all diesen Stiften und so weiter, diese Positionen. Für die höchste Sicherheitsklasse gibt es ein Zylinder, der auch Angriffsmethoden berücksichtigt, physikalische Angriffsmethoden. Das heisst, wenn jemand versucht, mit einer Bohrmaschine ein Schloss zu öffnen. Genau. Bohren das eine und ziehen das andere hin. Gegenüber Bohren gibt es Sicherheitsstifte, hier, hier, auch hier für Längsbohrungen, damit der kritische Bereich hier ein Mitnehmer, welcher dann ja das Schloss letztendlich betätigt, geschützt wird. Das ist gegen das Bohren. Gegenüber dem Ziehen wird das zusätzlich gesichert mit diesen drei Gewinnestiften. Die sichern diesen Insert ab gegenüber Ziehen und auch eine lamellnartige Struktur hier, damit der Gesamtsylinder sehr schnell herauszuziehen. Also für größtmögliche mechanische Sicherheit wäre das System genau das Richtige. Genau. Jetzt weiß ich, warum die Kaba-Schließzylinder so sicher sind. Herr Dr. Heberli hat mir das eindrucksvoll erklärt und genau das werde ich jetzt an Tom weitergeben.